Die Macht der Tierwelt, eine Gottesanbeterin in Manhattan. In einem seiner vielen Workshops am Acerlin-Institut in Buxer, Kalifornien, hielt unser Freund und Lehrer Joseph Campbell einen langen Vortrag über sein Lieblingsthema, die Arbeit von Carl Gustav Jung und dessen revolutionäre Beiträge zum Verständnis von Mythologie und Psychologie. Bei seiner Rede erwähnte er auch flüchtig das Phänomen der Synchronicität. Eine der Teilnehmerinnen, die diesen Begriff nicht kannte, unterbrach Joe und bat ihr, zu erklären, was Synchronicität bedeute. Nachdem er eine kurze allgemeine Definition und Beschreibung des Gedankens der Synchronicität gegeben hatte, beschloss Joe, seine Erklärung anhand eines konkreten Beispiels zu verdeutlichen. Statt Jungs Geschichte über den Scarabeus zu erzählen, die man bei dieser Gelegenheit meistens zu hören bekam, beschloss Joe seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, eine bemerkenswerte Synchronicität aus seinem eigenen Leben zu erzählen. Bevor sie in ihren späteren Lebensjahren nach Hawaii zogen, hatten Joe und seine Frau Jean Erdmann in New York in Grinch Village gelebt. Ihre Wohnung lag im 14. Stock eines Hochhauses am Waverley Place in der 6th Avenue. Joe's Arbeitszimmer hatte zwei Doppelfenster. Das eine bot eine Aussicht auf den Hudson River, das andere zeigte zur 6th Avenue. Aus dem ersten Fenster hatte man einen schönen Blick auf den Fluss und bei schönem Wetter standen immer beide Fensterflügel offen. Der Blick aus dem anderen Doppelzimmer war uninteressant und die Campbells öffneten es selten. Laut Joe hatten sie dieses Fenster in den ganzen 40 Jahren, die sie dort wohnten, vielleicht zwei-, dreimal geöffnet. An diesem Tag zu Beginn der 1980er Jahre saß Joe in seinem Arbeitszimmer an seinem Opus Magnum, The Way of the Animal Powers, einer umfassenden Enzyklopädie der schamanistischen Mythologien der Welt. Zu der Zeit schrieb er gerade das Kapitel über die Mythologie der afrikanischen Buschmänner, eine Stammes, der in der Kalahari-Wüste lebt. Eine der wichtigsten Gottheiten im Pantheon der Buschmänner ist die Gottesanbeterin, die die Wesenzüge des Narren und des Schöpfergottes in sich vereint. Joe war völlig vertieft in seiner Arbeit und sein Schreibtisch übersät mit Artikeln und Büchern zu diesem Thema. Besonders beeindruckt war er von der Geschichte, die Lawrence van der Poost über seine Kinderfrau Clara erzählte, die eine Halbblutbuschfrau war und ihn seit seiner Geburt betreute. Van der Poost erinnerte sich lebhaft daran, dass Clara in seiner Kindheit hin und wieder mit einer Gottesanbeterin kommunizierte. Wenn sie mit einem Mitglied dieser Spezies redete und ihm konkrete Fragen stellte, schien das Insekt sie mit Bewegung seiner Beine und seines ganzen Körpers zu beantworten. Mitten in seiner Arbeit verspürte Joe plötzlich den unwiderstehlichen und völlig irrationalen Impuls aufzustehen und einen der Flügel jenes Doppelfenster zu öffnen, das zur 6th Avenue zeigte. Nachdem er es geöffnet hatte, schaute er, ohne zu wissen warum, automatisch nach rechts. Die Begegnung mit einer Gottesanbeterin ist zu ziemlich das letzte, was man in Manhattan erwartet. Doch da war sie, ein großes Exemplar ihrer Gattung, im 14. Stockwerk eines Hochhauses mitten in Manhattan und kletterte langsam weiter nach oben. Laut Joe wandte sie ihren Kopf zu und schenkte ihm einen bedeutungsvollen Blick. Obwohl die Begegnung nur wenige Sekunden dauerte, hatte sie etwas Unheimliches und erließ bei Joe einen tiefen Eindruck. Er sagte, er könne bestätigen, was er vor wenigen Minuten erst in Lawrence Van der Poost Geschichte gelesen hatte. Das Gesicht der Gottesanbeterin hatte etwas eigenartig Menschliches. Mit ihrem herzförmigen Kinn, den hohen Wangenknochen und der gelben Haut sah sie wie ein Buschmann aus. Die traditionelle Psychiatrie unterscheidet nicht zwischen tatsächlichen Synchronicitäten und psychotischen Fehlinterpretationen der Welt. Da die materialistische Weltsicht streng deterministisch ist und die Möglichkeit bedeutungsvollem Zusammentreffen nicht akzeptiert, würde sie die bloße Andeutung ungewöhnlicher Synchronicitäten in den Berichten eines Patienten automatisch als Realitätsverwirrung und damit als Symptom für eine ernsthafte psychische Erkrankung interpretieren. Es kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass es echte Synchronicitäten gibt, bei denen jeder, der Zugang zu den Fakten hat, zugeben muss, dass hier die zusammentreffenden Ereignisse nicht mit statistischer Wahrscheinlichkeit zu erklären sind. Auf Joes ungewöhnliche Begegnung mit der Gottesanbeterin trifft das mit Sicherheit zu. bei der Briebung ist das mit einer Briebung ausreichend. Die Briebung ist das mit einem Dickensorten. Das mit einem Schlüsselverwirrung ist das mit einem Schmerzkrankstoffen. Hier ist ein Boot und sich als Schmerzkrankzwald. Dann droraten wir in. Untertitelung des ZDF, 2020